In diesem Video befassen wir uns mit der Textfunktion nach Klaus Brinker. Am Beispiel verschiedener Texte versuchen wir, die verschiedenen Funktionen aufzuzeigen und zu charakterisieren. Zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass Texte immer mit einer bestimmten Absicht verfasst werden. Das bedeutet, dass jede Person, die einen Text verfasst, einen Zweck damit erfüllen will. Dieser Zweck kann als Textfunktion verstanden werden. Dabei ist ein Text nicht unbedingt auf eine einzige Funktion begrenzt, sondern kann durchaus mehrere Funktionen haben. In der Regel gibt es aber eine dominante Funktion. Schauen wir uns zunächst ein paar Textbeispiele an und weisen ihnen ihre jeweilige Funktion zu. Zuerst untersuchen wir diese kurze Passage von der Tagesschau-Website zum Thema Flüchtlinge. Flucht auf allen Wegen. An der griechisch-mazedonischen Grenze kamen bei sinnflutartigem Regen weitere Menschen mit Zügen, Bussen und Taxis an. Die griechische Polizei teilte mit, es sei die größte Flüchtlingsanzahl bislang. Tausend weitere wurden erwartet, die von den Inseln Richtung griechischem Festland unterwegs waren. In den vergangenen Tagen hatten die griechischen Behörden auf der Insel Lesbos rund 17.000 Ankömmlinge registriert und den Weg für die Weiterfahrt nach Norden freigemacht. Zwei gecharterte Fähren holten Registrierte von der Insel ab, wo zeitweise mehr als 20.000 Menschen unter elenden Bedingungen hausten. Die meisten waren mit Booten über den kurzen Seeweg aus der Türkei gekommen. Bei diesem Text handelt es sich um eine Nachricht. Diese Textsorte vermittelt Wissen. Es ist die Aufgabe des Textes, den Sachverhalt darzustellen und die Leser mit Informationen darüber zu versorgen. Wir finden beispielsweise viele situierende Ausdrücke, die den Sachverhalt detailliert beschreiben. Brinker bezeichnet diese Funktion als Informationsfunktion. Kennzeichnend für diese Funktion sind explizit performative Verben wie informieren, melden, berichten oder auch wie in unserem Beispiel die griechische Polizei teilte mit, mitteilen. Die Informationsfunktion ist nach Brinker ebenfalls charakteristisch für Berichte und Beschreibungen, aber auch für Textsorten mit evaluativer Einstellung wie zum Beispiel Gutachten, Rezensionen und Leserbriefe. Auch in unserer Nachricht finden wir eine Wertung des Autors. Er redet von elenden Bedingungen. Dies ist keine neutrale Beschreibung, sondern seine eigene Wahrnehmung des Sachverhalts. Er versucht damit nicht, die Meinung des Rezipienten zu beeinflussen. Die Steuerung des Rezipienten ist Kennzeichnend für die nächste Textfunktion. Zimtschnecken Cinnabon Style. Milch aufkochen, Puddingpulver mit kaltem Wasser verrühren und in die kochende Milch einrühren, kurz kochen lassen, bis der Pudding eingedickt ist. Dabei ständig rühren. Vom Herd nehmen, Butter einrühren, bis sie geschmolzen ist. Zucker und Eier einrühren. Wenn die Masse noch handwarm ist, die Trockenhefe unterrühren. Salz und Mehl vermischen, Puddingmasse hinzugeben und zu einem weichen, leicht klebrigen Teig verarbeiten. Geht am besten mit den Knethaken eines Mixers. Der Teig sollte auf jeden Fall feuchter als normaler Hefeteig sein. Gehen lassen, bis der Teig sich verdoppelt hat. Ein bis zwei Stunden. Bei diesem Text handelt es sich um ein Kochrezept. Wie auch in der Nachricht erhalten wir hier Informationen, genauer gesagt Informationen über die Zutaten eines Gebäcks. Es ist aber nicht die primäre Funktion des Rezepts, uns über die Zutaten zu informieren. Allein mit den Informationen ist es uns nicht möglich, das Gericht mit den gleichen Zutaten nachzukochen. Wir wissen nämlich nicht, wie wir die Zutaten verwenden müssen. Die Hauptfunktion eines Rezeptes ist es, uns eine Anleitung zu geben, unter Verwendung der gleichen Zutaten das beschriebene Gericht nachzukochen. Der Imitent möchte den Rezipienten also dazu bewegen, seinen Anweisungen zu folgen. Rezepte gehören zu den Textsorten mit Appellfunktion. Texte mit Appellfunktion wollen den Rezipienten dazu bewegen, eine bestimmte Einstellung gegenüber einer Sache einzunehmen, die Meinungsbeeinflussung, und oder eine bestimmte Handlung zu vollziehen, Verhaltensbeeinflussung. In unserem Fall behandelt es sich also um eine Verhaltensbeeinflussung, beziehungsweise genauer gesagt eher um eine vorgeschlagene Verhaltensanleitung. Wir sollen die Anleitung befolgen. Zu den Textsorten mit Appellativer Grundfunktion gehören Werbeanzeigen, Propagandatexte, Kommentare in jeglicher Form, Arbeitsanleitungen, Gebrauchsanweisungen, Rezepte, Gesetzestexte, Gesuche, Anträge, Bittschriften, Predigten und so weiter. Auch die Appellative Textfunktion kann durch explizit performative Verben signalisiert werden. Dazu gehören je nach Textsorte Verben wie auffordern, anordnen, befehlen, bitten, fragen und so weiter. In unserem Beispiel finden wir jedoch keines dieser Verben. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Explizite Strukturen, also Strukturen, die die Textfunktion explizit signalisieren, findet man in Appellativen Texten eher selten. Stattdessen findet man häufiger grammatische Indikatoren. In unserem Rezept treten beispielsweise viele deontische Infinitive auf, was besonders charakteristisch für Appellative Texte ist. Mich aufkochen, Puddingpulver mit kaltem Wasser verrühren, vom Herd nehmen und so weiter sind nur einige Beispiele. Der Infinitiv bietet sich wegen seiner Kürze und Einfachheit besonders für die oben genannten Textsorten an. Nach Brinker gibt es vier charakteristische grammatische Indikatoren. Dazu gehören a Imperativsätze, zum Beispiel lebe bunter wie aus dem Werbeslogan von Letter, b die bereits erwähnten Infinitivkonstruktionen, c Interrogativsätze, haben Sie schon mal an Ihre Altersvorsorge gedacht? Und d Satzmuster mit sollen oder müssen plus Infinitiv, mit haben zu plus Infinitiv, mit sein zu plus Infinitiv und anderen. Die Gebühren sind bis zum 24.03. zu überweisen. Der nächste Ausschnitt ist ein Absatz zur Erklärung der Verfassungstreue aus dem Vertrag für eine studentische Hilfskraft. Er lautet wie folgt. Erklärung zur Verfassungstreue. Ich bin über meine Pflicht zur Verfassungstreue und darüber belehrt worden, dass die Teilnahme an Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder gegen ihre grundlegenden Prinzipien gerichtet sind, mit den Pflichten eines Angehörigen des öffentlichen Dienstes unvereinbar sind. Aufgrund der mir erteilten Belehrung erkläre ich hiermit, dass ich meine Pflicht zur Verfassungstreue stets erfüllen werde, dass ich die Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten. Ich versichere ausdrücklich, dass ich in keiner Weise Bestrebungen unterstütze bzw. Organisationen angehöre, deren Ziele sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten oder die darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu gefährden. Auch diese Textsorte vermittelt unter anderem Informationen. Aber dies ist nicht die primäre Funktion. Mit dem Unterzeichnen des Vertrags verpflichtet sich die Person, die in dem Vertrag genannten Handlungen zu vollziehen. Brinker nennt dies Obligationsfunktion. Zu den Texten mit Obligationsfunktion gehören Verträge, schriftliche Vereinbarungen, Garantiescheine, Gelübde und so weiter. Also alle Textsorten, bei denen Rezipienten sich verpflichten, eine Handlung zu vollziehen. In unserem Beispiel verpflichtet sich der Unterzeichner zur Verfassungstreue. Textsorten mit Obligationsfunktionen sind in der Regel stark institutionalisiert. Durch den Gebrauch von explizit performativen Verben haben diese Textsorten eine markante Struktur und können sehr leicht erkannt werden. In unserem Beispiel finden wir Formen wie Erkläre ich hiermit, dass ich bereit bin, ich versichere ausdrücklich. Weitere explizit performative Verben sind Versprechen, Schwören, Übernehmen, Garantieren und so weiter. Das nächste Beispiel ist ein Ausschnitt aus einem Brief. Er lautet wie folgt. Sehr geehrte Frau Mustermann, die bei Ihnen ausgeführten Arbeiten sind nicht zu Ihrer und meiner Zufriedenheit ausgefallen. Das tut mir sehr leid und ich möchte mich dafür bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Als kleines Trostplaster für die entstandenen Unannehmlichkeiten gestatten Sie mir, sehr geehrte Frau Mustermann, die Überreichung eines kleinen Blumengebindes. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Adventszeit und freue mich sehr, Sie trotzdem weiterhin zu unseren Kunden zählen zu können. Wir erfahren, dass der Empfänger dieses Briefes mit dem Sender wohl einige Unannehmlichkeiten hatte. Es geht dem Sender nicht darum, den Empfänger mit den Sachverhalten vertraut zu machen, an ihn zu appellieren oder sich für etwas zu verpflichten, sondern persönlichen Kontakt zu ihm herzustellen. Den Grund, warum der Sender den Kontakt zum Empfänger sucht, erfahren wir im Inhalt des Briefes. Er hat seinem Kunden Unannehmlichkeiten bereitet und möchte sich dafür entschuldigen. Brinker nennt diese Funktion Kontaktfunktion. Signale für Textsorten mit Kontaktfunktion sind Danken, um Entschuldigung bitten, Beglückwünschen, Gratulieren, sich beschweren und so weiter. Die Kontaktfunktion in unserem Beispiel äußert sich offensichtlich durch eine Entschuldigung. Wir können es an der explizit performativen verbalen Fügung im Satz, das tut mir sehr leid und ich möchte mich dafür bei Ihnen in aller Form entschuldigen, erkennen. Wir können aber auch noch einen zweiten Grund für den Kontakt im Brief finden, auch wenn dieser nebensächlich erscheint. Der Brief scheint in der Adventszeit verschickt worden zu sein und so wünscht der Sender seinem Kunden noch eine grusame Adventszeit. Die Textsorten mit Kontaktfunktion sind je nach Grund für die Kontaktaufnahme vielseitig. Dazu gehören Beschwerden, Liebesbriefe, Glückwünsche zu Ereignissen jeglicher Art, Entschuldigungen, Danksagungen, Kondolenzschreiben und so weiter. Viele dieser Texte sind an feste gesellschaftliche Anlässe geknüpft und verlangen den Ausdruck der psychischen Einstellung des Emittenten. Dabei ist nicht die Gefühlsäußerung an sich entscheidend, sondern vielmehr die Erfüllung einer sozialen Erwartung durch den Emittenten. Bei einem Geburtstag werden zum Beispiel Glückwünsche erwartet, während man bei einem Todesfall Beileidsbekundungen erwartet. Nach Brinker gibt es noch eine weitere Textfunktion, die wir uns im letzten Beispiel ansehen. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen aufgrund des Artikel 68 der Verfassung des Deutschen Reichs im Namen des Reichs was folgt. Das Reichsgebiet ausschließlich der königlich-bayerischen Gebietsteile wird hierdurch in Kriegszustand erklärt. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündigung in Kraft. Urkundlich unter unserer höchst eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen in Siegel, gegeben Neues Palais, den 31. Juli 1914. Bei diesem Text handelt es sich um eine Kriegserklärung. Die Funktion, die sie erfüllt, ist die Schaffung einer neuen Realität. Mit dem Schreiben der Kriegserklärung und der Unterzeichnung durch eine befugte Instanz, in unserem Beispiel Kaiser Wilhelm II., wurde das deutsche Kaiserreich in den Kriegszustand versetzt. Dies ist ein Zustand, in dem das Kaiserreich vorher nicht war und mit der Erklärung des Kriegszustandes können zum Beispiel andere Gesetze und Regeln in Kraft treten. Es wurde also eine neue Realität geschaffen. Brinker nennt diese Funktion Deklarationsfunktion. Zu den Textsorten mit Deklarationsfunktion gehören zum Beispiel Ernennungsurkunden, Testamente, Schuldsprüche, Bevollmächtigungen, Bescheinigungen, Kriegserklärungen und so weiter. Charakteristisch für diese Textsorten ist, dass sie an bestimmte gesellschaftliche Institutionen gebunden sind. Explizit performative Verben und verbale Gefüge sind hier Ernennen, Bescheinigen, Erklären, Schuldig sprechen, Bevollmächtigen und so weiter. Die jeweilige Deklarationsfunktion lässt sich aber auch durch die bestimmte Überschrift, Urkunde, Testament, Bescheinigung, Vollmacht, Beschluss und so weiter erkennen. Wir haben in unseren Beispielen gesehen, dass verschiedene Textsorten unterschiedliche Textfunktionen haben können. Aber auch Schriftstücke ohne textsyntaktische oder textsemantische Verknüpfung können über eine Textfunktion verfügen. Betrachten wir einmal einen Notizzettel. Auf ihm steht, geh bitte einkaufen. Die Funktion dieser Notiz ist anhand des Satztyps und der verwendeten Partikel einfach zu bestimmen. Es handelt sich um einen Imperativsatz mit Verwendung der Partikel bitte. Daraus können wir schließen, dass es sich bei dieser Notiz um eine Bitte handelt. Die Notiz hat eine appellative Funktion. Der Emittent möchte den Rezipienten also dazu bringen, eine Handlung zu vollziehen. In diesem Fall das Einkaufen gehen. Wie wir gesehen haben, unterscheidet Brinker fünf unterschiedliche Textfunktionen. Die Informations-, die Appell-, die Obligations-, die Kontakt- sowie die Deklarationsfunktion. Wichtig ist hierbei jedoch, dass ein Text nicht nur auf eine Funktion begrenzt ist, jedoch meistens eine dominante Funktion aufweist. Aufschlussreiche Untersuchungsbereiche für das bestimmende Textfunktionen stellen unter anderem explizit performative Verben und grammatische Indikatoren wie zum Beispiel Infinitivkonstruktionen dar.